das mittwoch und das bedeutet joker watch passwort hier so was sagen wollte ich in wien für die die jetzt dann nicht in wien wohnen nicht schlimm halt aber jedenfalls in wien ich hab vielleicht sogar in ganz österreich weiß nicht noch jedenfalls in wien ist sehr viel neuschnee hinzukommen und ich finde es genial aber ich werde eher davon eh dann später video machen wegen den neuschnee und ja so ich hoffe euch hat das video jetzt gefallen und ciao